ja hallo liebe leute willkommen zurück zum mass effect wir haben beim letzten mal ashley aufgegabelt leider ist uns aber ein anderer kollege aus unserer truppe verstorben also wurde aber gleich ersetzt eben durch diese hier und da habe ich gesehen die können wir auch noch schnell level ab ableveln hochleveln punkte vergeben und das machen wir schnell so hört sich gut an dazu schon was die letzten zwei gehen hier rein dann ist das auch voll ist sie auf jeden fall ein guter soldat passt uns ist nichts weiter es gibt hier noch wir müssen immer noch zur ausgrabungsstätte ja wir haben hier festgestellt oh hier gibt es ganz viel na dann mach ich mal schnell kinetik barriere more commonly called shields provide protection against most mass accelerator weapons whether on a starship or a soldier suit of armor the basic principle remains the same kinetik barriers are repulsive mass effect fields projected from tiny emitters these shields safely deflect small objects traveling at rapid velocities this affords protection from bullets and other dangerous projectiles but still allows the user to sit down without knocking away their chair the shielding afforded by kinetic barriers does not protect against extremes of temperature toxins or radiation the geth are a humanoid race of networked a eyes they were created by the quarians 300 years ago as tools of labor and war when the geth showed signs of self-evolution the quarians attempted to exterminate them the geth won the resulting war this example has led to legal systematic repression of artificial intelligences in galactic society the geth possess a unique distributed intelligence an individual has rudimentary animal instincts but as their numbers and proximity increase the apparent intelligence of each individual improves in groups they can reason analyze situations and use tactics as well as any organic race geth space is located at the trailing end of the perseus arm beyond the lawless terminus systems the perseus veil an obscure dark nebula of opaque gas and dust lies between their space and the terminus systems okay jetzt wissen wir auch was die geths sind die ja hier diese ausgrabungsstätte angegriffen haben das hat sich ja gleich am anfang bisschen so nach skynet angehört naja künstliche intelligenz so jetzt aber ähm so waffe okay so ja hier gab es auf jeden fall einen hinterhalt und wo die spießen halt echt menschen auf die ekligen vier ashley war ja quasi mit ihrer truppe sowas wie security aber der rest ihrer truppe ist irgendwie nicht mehr so wie bei uns auch schon einer verstorben ist so so momentary manche gießen sack komm zeig dich noch kann er jetzt da durchschießen oder was Ich glaube, wir sind gut, Commander. Hm, ich glaube auch. Hm. Was? Vielleicht hast du was zu sagen. Okay. Okay. So, ich will jetzt hier natürlich erstmal ganz neugierig schauen. Oh. Das war ja auch mal ne Killeunterhaltung. Change of Plan, Shepard. There's a small space board up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Alles klar, Kollege. Ähm, oh, jetzt hab ich schon Tab gedrückt. Zum Glück passiert nix. Äh, da kommen wir her. Jo, dann schauen wir mal da hoch. Weil vielleicht können wir ja noch jemanden retten. Natürlich nur mit Waffe. Oh, ja. Schon wieder diese aufgespießten Melk. Aber die waren blau. Äh. Wie kann man danach noch leben? Hallo, Waffe. Husk. Woi, woi. Sind das laufende Elektroschocker oder was? So, Kollege, du hast erste Hilfe oder so? Kannst du mal... Muss ich da irgendwas tun? Ich drück mal lieber hier. Ah, das ist gut. Äh, ein Medigil für zwei Leute. Oh ja, immerhin. So, was haben wir denn hier so Schönes? Also ich glaub, die Maus ist mir immer noch zu schnell. Nett. So, das hab ich schon mal gesehen. Äh. Oh ja, dafür ist meine Maus jetzt aber viel zu langsam. Zack. Echt jetzt, der Erbauer. Wir sind los. Also, wie warst du hier in dieser Shed? Wir sind hier während der Attacken. Sie müssen hierher kommen, für den Beacon. Glücklich, es war nicht hier. Es wurde nach dem Spaceport geöffnet. Earlier this morning. Manuel und ich stayed behind to pack up the camp. Wenn der Attack kam, die Marines haben sie lange genug für uns zu schützen. Sie haben ihre Leben, um uns zu retten. Nein, das war nicht so gut. Nein, das war nicht so gut. Die Zeit der Humanität ist geschlossen. Bald ist nur die Räume und die Schäuze bleiben. Was noch mehr kannst du mir erzählen über den Attacken? Es hat alles so schnell gemacht. In einer Sekunde haben wir unsere Geräte. In einer Sekunde haben wir in der Shed, während die Geths über den Campen geschlossen haben. Agents des Destroyers, Bringers of Darkness, Herald's of our Extinction. Wir haben hier eine ganz positive Selle. Wir haben hier die Verteilung. Feuer, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann ging alles ganz ruhig. Wir sind nur da, zu Angst, um zu gehen. Bis du kamst. Hast du einen Saturian in der Nähe? Ich habe ihn gesehen. Der Prophet. Der Leiter des Krieges. Er war hier, bevor der Angriff. Das ist unmöglich. Nihilis war mit uns in Normandie, bevor der Angriff. Er konnte nicht hier sein. Entschuldigung. Manuel ist noch ein bisschen... Unabhängig. Wir haben nicht gesehen, Turian. Wir sind hier seit dem Angriff. Kannst du mir etwas über den Beacon erzählen? Es ist ein Modul von Daten aus der Galaxie. Er ist sehr gut gegründet. Es könnte sein, die größte Wissenschaftler unserer Lebenszeit. Überraschungsmögliche neue Technologien, grundsätzliche Medikamenten. Wer weiß, welche Gegriffe drin sind. Wir haben auf der Erde das Herz des Schlimmes. Er wachst du den Geist. Er wachst du die Schmerzen. Entschuldige die Schmerzen. Manuel, bitte. Das ist nicht der Zeit. Was ist mit deinem Team? Genau. Manuel hat einen brillanten Geist, aber er ist immer ein bisschen... Unstabler. Genieus und Wahnsinn sind zwei Seiten der gleichen Kunde. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Destruktion, die uns gegen uns zu sehen? Um zu verstehen, dass es kein Weg gibt? Keine Hoffnung? Nein. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin der einzige sanste. Ich habe ihm eine extra Dose seiner Medikamenten nach dem Angriff. Das hat aber irgendwie nicht geholfen. Also... Aber wie heißt es immer? Äh... Ist man es nicht... Glaubt man nicht als Verrückter, dass man der einzige Nicht-Verrückte ist? Nein. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my god! What did you do? That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around and whack people in the head. Doch. Es war nur ein Teil der Zeit, bis er etwas verrückt hat. Und gefährliches. Ich glaube, du bist richtig. Nachdem er wächst, werden die Medikamenten in die Kunde geklappt. Williams, zieh uns zum Spaceport. Glückwunsch, Commander. Ich habe das jetzt eher gedacht. Er sagt jetzt erstmal hier, ich kann, dass er die Klappe hält und so. Aber nein, er fotzt da gleich drauf los. Ei, ei, ei. So, hier kann man auch einfach so rein. Was haben wir denn da? Shotgun! Und so ein bisschen, das schauen wir dann später mal an. Ein bisschen Universalgel, wie es auf Deutsch heißt. Hier heißt es Omnigel. So, was war denn das? War ich hier schon? Ne, war ich noch nicht. Leichte Rüstung. Pistole. So, einmal Zwischenspeichern. Mal mal auf die Karte gucken. Camp, Train Station, Dickside. Ja, das ist auch der einzige Weg. Also, wir hätten hier gar keine andere Möglichkeit gehabt, als herzukommen. Dann geht es mal weiter. Ja, das ist blöd. Die Maus ist mal eigentlich zu schnell. Aber ich habe es gerade in diesem kleinen Spielchen gesehen, dass er dafür zu langsam ist. So, was macht denn der da? Saren? Das ist dann wohl der andere Turianer. Nylas. Das ist nicht deine Mission, Saren. Was machst du hier? Der Kanzler dachte, du könntest etwas Hilfe an diesem. Ich habe nicht erwartet, den Gäth hier zu finden. Die Situation ist schlecht. Oh, der hat Schläuche im Kopf. Und, Kurvi. Ich habe es unter Kontrolle. Echt jetzt? Tja, da ist wohl ein... Ja. Was ist das? Auf in der Distanz. Ich meine, er kannte den. Scheiße! Schau an den Größen! Das ist wohl die komische Hand, die wir gesehen haben. Auf dem Video. Alter Verwalter. Boah, macht das denn mehr Lärme. Huiuiuiuiuiui. So, unser Radar zeigt keine Gegner an. Die schießen. Oh. Betreffen hat es die Waffe aber nicht. Gehen wir drinnen. Uiuiuiuiuiui. Also schießen muss man hier noch ein wenig üben. Zack, einmal heilen bitte. War ja ordentlich wehgetan. Tja, hat er den jetzt wirklich erschossen? Ach, das schon wieder. Oh, das ist blöd. Das ist echt blöd. Puh, das war knapp. So, ihr schaut irgendwie verdächtig aus. Zuschauer zu haus. Nice going, Cole. I told you we should have stayed hidden. It's okay. We're all on the same side here. We're just farmers. We've been hiding ever since that ship first showed up. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, it felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Do you know anything about the protein beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. I have to go. Hey, Cole. We're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jesus, Blake. We've got a alarm when they shut up. Yeah, we've got a alarm when they shut up. If there's something you're not telling me. Some guys at the space port were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. What kind of packages? I found a pistol. I figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. So, was ist das für ein rotes Ding hier? Hat das es dann wahrscheinlich in meinen Einschüchtern? Ja. Hm, das probieren wir doch gleich mal aus. Ich glaube nicht, dass der echt nur eine Pistole hat, ne? Ich werde nur das mal fragen. Denk lang und hart, bevor du mich wiederum liefst. Das war ein Zufall. Das haben wir gesehen. Würdest du lieber ein Snitch oder ein Korpel sein? Powell. His name is Powell. No water among thieves. That's all I know. Really. So let's try to keep things friendly from here on in. Okay? Sehr cool. Ich muss gehen. Ach ja, ich muss gehen. Tschüss. So, ah. Irgendwas gekriegt? Alles klar. So, Moment. Ich, sorry, aber ich muss dann doch leider mal die Maus wieder schneller machen. Das passt mir gar nicht. Aber wenn ich da hier bei diesen kleinen Minispielchen zwischendurch da füpfung, wie man mein ganzes Mauspad rutschen muss, dann ist das ein bisschen doof. So, was haben wir denn hier? Oh, Level Up. Ja, geil. Ja, noch ein bisschen Arsch sein. Ja, seht ihr? Schon fast den zweiten Dings voll. Zweiten Abschnitt. Balken. Wie auch immer. So, ähm. Ja, schießen lernen hier. Und was haben wir denn noch? Weapon Damage. Das ist schon mal ganz nett. Oh, oh, oh. Ein Traum. Lebensregeneration. Nehmen wir mit. So, du auch. Erste Hilfe. Schmeißen. Keine Ahnung, ob er das schon gemacht hat. Also, ich habe noch niemanden fliegen sehen. So, ich weiß jetzt noch nicht, mit was die schießt, aber ich denke, die können wir später ausrüsten, falls die wirklich länger dabei bleibt. Dann mache ich auch mal das da. So, was haben wir hier? Zum Spaceport. Jawohl, das ist ja gleich um die Ecke. Das haben wir gesehen. Was haben wir hier? Spaceport. Ein Referenz zu den mythologischen Berserkern, die von der Erde ausgeruhten, wo immer die Teile des Drakons Eris geplant wurden. Drakons Teile und Hüste haben keine Erinnerung an anderen Teilen von Geth-Technologie. Keiner ist sicher, warum eine synthetische Reise die miniskule Menge von Ressourcen aus organischen Korpsen verbreiten würde, obwohl die Wert, die sie als Schock-Truppen wieder benutzen, ist sehr klar. Gut, wir pritzeln einfach. Und jetzt wissen wir auch, was es mit diesen komischen Stäben auf sich hat, wo die Leute drauf gespießt waren. So, okay, dann ziehen wir mal weiter. Wir müssen ja schließlich hier hin. Gucken, ob es da noch was gibt. Da kommen wir nicht hin. Jetzt gucken wir mal hier drüben noch. Ja, ich laufe ein bisschen rücksichtslos. Schwieriges Wort, ich gebe es zu. Aber, irgendwie, wenn ich ein Shooter spiele, dann habe ich es nicht so mit Schleichen. Und ja, ich weiß, es ist auch ein Rollenspiel, aber es ist ja auch ein Shooter. So. Hm. Darauf hätte ich ja mal schießen können vorhin, ne? So, das ist der Nylas. Jo, da schauen wir gleich hin. Ich denke mal, der wird nicht wegrennen. So, schnell wieder raus aus dem Feuer. Na, gucken wir doch mal. Der schaut wirklich tot aus. Ich bin, wenn ich auf dem Feuer. Ich bin, wenn ich das nicht wegrehe. Warte, nicht, ich bin, ich bin von dir. Ich bin Mensch. Was machte dich, nach hinten zu gehen? Ich bin, ich bin, ich warst, ich warst, von diesen Schlecht. Mein Name ist Powell. Ich weiß, was passiert mit dem Turian. Der andere hat ihn verletzt. Was du mit dem, was du? Was are you talking about? Es gab zwei Turians hier. Ihr Freund, und ein Freund, er nennt Saren. Ich glaube, sie kennen uns. Ihr Freund scheint zu relaxieren. Er legte seine Hände runter. Und Saren hat ihn verletzt. Er hat ihn in die Hände. Ich bin nur glücklich, er hat mich nicht gesehen, hinter den Kratzen. Wir wussten, dass ein Prothean Beacon wurde zum Spaceport gebracht. Was ist passiert? Es ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich wo Saren war. Er fuß auf dem Kratzen, kurz nachdem er deinen Freund töten hat. Ich wusste, dass das Beacon in Ordnung war. Alles ist in der Hölle, seitdem wir ihn gefunden haben. Erst das verdammte Mothership kam. Dann der Angriff? Sie haben alle. Alle! Wenn ich hinter den Kratzen gewesen wäre, wäre ich auch tot. Sag mir über den Gath-Affekt. Es war schnell. Es war eine Minute. Eine Minute, das Spaceport lag. Die nächste Minute. Die Gath-Affekt waren über die Plattform. Tausend von ihnen. Sie waren in der Mothership-Affekt. Sie sahen was in der Mothership-Affekt. Sie sahen was, was verletzt. Es war ein Massacre. Sie sahen was anderes, was du mir über das Beacon erzählst. Sie haben es hier heute Morgen gebracht. Wir laden es unter dem Kratzen und schießt es auf die andere Plattform. Es ist schwer zu glauben, dass es nur ein paar Stunden früher war. Es fühlt sich wie ein ganz anderes Leben. Sag mir über dieses Mothership, das du gesehen hast. Dein Mothership. Das haben wir ja gesehen. Es war echt ein Riesenteil, ne? Es war dieses Ries. Dieses... Das Geräusch, das direkt in deinem Gehirn schießt. Das hat mich aufgewacht. Der Atacke kam ein paar Minuten später. Du warst schlafen? Ich dachte, du warst hier an den Dock. Ich... Manchmal brauche ich eine Nippe, um mich durch mein Schiff zu kommen. Ich... Ich schaue hinter den Kratzen, um 40 Wings zu holen, wo der Supervisor mich nicht finden kann. Du warst, weil du leidigst? Du schraubst die Arbeit. Dann schraubst du hier zurück und machst nichts, während die Geths schraubst alle anderen. Ich habe gar nicht eine Räume. Was soll ich da machen? Gehen raus und sterben? Ich konnte sie nicht. Niemand konnte. Es war schrecklich. Du hast Kontakt hier an den Dock. Für den Schraubring. Was? Nein! Ich meine... Was ist jetzt wichtig? Ich bin ein Schmuggler. Wer ist es wichtig? Mein Supervisor ist tot. Die ganze Crew ist tot. Es ist jetzt nicht wichtig, oder? Ja, aber wenn er doch ein Schmuggler ist und wir haben ja schon vom anderen erfahren, dass die irgendwie Waffen haben, ist es doch unglaublich, unglaublich, unglaubwürdig, so rum, dass er keine Waffe hatte, ne? Ja. Ja. Wir sind hier, versuchen wir zu retten Ihres Entschuldigungen. Und alles, was du denkst, ist, wie du uns auslösst? Ich habe nie gedacht, dass du diese Grenadier brauchst. Wer würde sich die Grenadier attackieren? Wir sind nur ein paar Farmer. Wie soll ich wissen? Nein. Hand sie diese Grenadier. Jetzt. Sie sind deine. Sieh sie. Meine Schmugglerdienste sind vorbei. Ich schwöre. Too many people died here, for you to start jerking me around. Ich schieße den jetzt echt ab. Okay, okay. Es gab noch etwas anderes. Es könnte für die Glückwunsch sein. Experimental Technologie, am Anfang der Linie. Geh es. Ich brauche es nicht. Ich wollte niemanden verhörten. Wirklich. Entschuldigung. So, jetzt haben wir aber alles. Wir müssen diesen Beacon finden, bevor es zu late ist. Geh den Cargo-Train. Das ist, wo der andere Turian ging. Ich, ich, ich kann nicht hier bleiben. Ich brauche mich von allem. So, nimm mal mit. Renegade. Plus zwei. Ja, ha. Meine Güte. Der ist aber auch ganz schön, ganz schön aggro dann. So, kann ich hier. Oh nein, kann ich nicht. Zack, du Sau. Was ist nicht kaputt, ey? So, wie viel sind denn hier noch? So. Du Schnillu. Wollte Splatt, ne? So. Bis wo? Schießt denn hier hin? Gibt es hier noch irgendwas zu holen eigentlich? Ich wollte mich ja eher mal umschauen. Aber schaut nicht so aus. Was? Ach da. So. Zack. Hä? Wieso kann ich nicht mehr schießen? Ich bin jetzt weg, Snipern hier. Ach, das ist was Größeres. Deswegen fällt der so schneller weg. Was? Das ist ne Knutzprobe. Jawohl, so. Beim nächsten bist du weg, du Sack. Äh. Zack. Okay, bam. So. Aber ich glaub, da hab ich noch einige Level-Ups hier vor mir. Bevor das irgendwie zuverlässig funktioniert. Autsch. Hehehehe. So. Hier wird sich nicht geduckt. So. Okay, haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Okay. Ja, bevor ich dann da hier mal weiterfahre oder gehe. Ach, ich kann doch nicht speichern wahrscheinlich jetzt. Dann muss ich hier doch erstmal aufräumen. Zack. Zack. Ich kann mal schnell in Deckung gehen hier. Ah, ich hab gekauft, das ist so ein... Sollen wir Granätchen schmeißen? Dann haben wir grad mal gekriegt, ne? So. Und selber geht's noch gut. Das passt. Weg. So, der nächste bitte. Zack. Und dann bist nur noch du übrig. Ich hab mal gesagt, du warst übrig. Jawohl. Der Lamer hat gewonnen. Der Lamer hat gewonnen. So. Und dann bist nur noch du übrig. Jawohl. So. Kann ich jetzt speichern? Ah, traumhaft. Gut. Okay. Jetzt aber. Obwohl da vorne ist ne Konsole. Na gut, gehen wir erst vor. Ich denk so viel Zeit ist noch. So. Die lassen irgendwie nix fallen, so wie es ausschaut. Dann haben wir hier ein Medikit weiter. Da. Da. Dass ich hier ja nix vergesse. Ich mach's ja gründlich. Okay. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht automatisch los, sondern ich muss wirklich drücken, so wie es da steht. Genau. Dann beende ich jetzt die Folge hier mal. Und beim nächsten Mal gucken wir dann, ob wir ja auf den Saren treffen oder nicht. Oder den Beacon finden. Schauen wir mal. Der Saren ist ja eigentlich schon weg. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir diesen Beacon finden. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich weiß es nämlich so genau auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja. Ciao. Ciao.